Das Clubhotel Marina Seada Beach liegt in Budoni in Sardinien. 48% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 24 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,7 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 24 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,6 Sonnen von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Service. Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,6 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste bewerten die Lage des Hotels mit nur 2,1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.